Turntable Reloaded Mit Björn Blain Ja, wenn wir das hören, dann ist es wieder soweit. Und heute ist es soweit. 30 Jahre Mayday findet statt in den Dortmunder Westfalenhallen. Nach zwei Jahren Pause ist die Mayday zurück. Und anlässlich dieses großen Events wollen wir euch ein kleines 30 Jahre Mayday Special präsentieren. Mit vergangenen Tagen und auch den aktuellen Tagen und aktuellen DJs. Jetzt hier für euch in Non-Stop-In-The-Mix in der nächsten Stunde mit mir, Björn Blain. Und starten wir mit einem der DJs von heute Abend aus den Niederlanden, Joris Bohren und seinen Track Rhyo. Enjoy it. Jetzt hier für euch in Non-Moment. Jetzt hier für euch in Non-Moment. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 The people We take control 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 Untertitelung des ZDF, 2020 We take control We take control We take control We take control So, und jetzt habe ich noch für euch Stella Bossi, eine junge Dame hier aus Deutschland mit italienischen Wurzeln. Ihre Instagram-Stories sind immer wieder einen Blick wert. Die junge Frau lässt sich da einiges einfallen und ist sehr kreativ. Mir machen die Dinger auf jeden Fall Spaß. Also wenn ihr ihr noch nicht gefolgt habt bei Instagram, dann tut das schleunigst. Ihr kriegt jetzt hier System Ecstasy, die alte Dahoul-Hymne, die sie gecovert hat. Und Stella Bossi hört ihr später auch noch auf der Mayday. Außerdem habe ich gleich noch für euch Sonic Empire, die Mayday-Hymne für mich schlechthin von den Members of Mayday. Und auch die erfolgreichste Mayday-Hymne aller Zeiten, die kriegt ihr gleich auch noch hier. Das war es dann für heute. Nächste Woche ist der Olli dann wieder für euch im Studio. Ihr könnt das Ganze morgen nochmal bei den Podcast-Anbietern wie Spotify und Deezer und auch bei Mixcloud hören. Wir haben ein Bildchen auf Instagram. Die Playlist gibt es auch bei Spotify, facebook.com, slash Radio Turntable Reloaded. Dort findet ihr uns bei Facebook. Liked uns dort gerne, wenn ihr möchtet. Und dann sage ich Ciao, Ciao und Tschüss und bis in zwei Wochen. Bye, Bye. Radio Turntable Reloaded Das ist so easy, the poison's got me like a fever burnin' I've got to keep on trunin' round and round like crazy And this stuff is gonna stop me Shame on me, I'm all next to say But it makes me happy the way the poison's got me like a fever burnin' I've got to keep on turnin' round and round like crazy And this stuff is gonna stop me Shame on me, I'm all next to say But it makes me happy the way the poison's got me like a fever burnin' I've got to keep on turnin' round and round like crazy And this stuff is gonna stop me Shame on me, I'm all next to say But it makes me happy the way the poison's got me like a fever burnin' I've got to keep on turnin' round and round like crazy And this stuff is gonna stop me 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020